HIV ist kein Problem! Hallo, ich bin Markus und ich bin HIV-positiv, aber das ist kein Problem. Weil es dafür drei Faktoren braucht, um sich damit anzustecken. Die drei Faktoren sind Körperflüssigkeiten, Eintrittspforte, Druck und Reibung. Zu den Körperflüssigkeiten gehören Blut, Anasekret, Scheidensekret, Muttermilch, Sperma, Wundensekret. Zu den Eintrittspforte gehören aufnahmebereite Schleimhaut, Blutbahn und offene Wunde. Anschließend braucht man noch Druck und Reibung. Nur wenn die drei Faktoren vorhanden sind, ist eine Ansteckung möglich. Es gibt sehr viele Schutzmöglichkeiten, wie zum Beispiel regelmäßig seine Medikamente zu nehmen, um nicht mehr ansteckend zu sein oder Kondome zu benutzen beim Geschlechtsverkehr. Markus ist genauso wie die anderen Menschen, also nicht vorurteilen. Und damit sind wir schon am Ende und wir hoffen, es hat euch gefallen. Melike, Leyla, Olivia, Niklas, Aische.